reichen noch mal was mich die sachen alles kosten ich kann mir das so schlecht mehr ich muss mir das irgendwo aufschreiben da brauche ich hatte es an einem baukran silikon okay okay Okay, dann geht's jetzt noch auf Eisensuche. Oh, sorry Nora, ich wollte dich nicht umgaloppieren, du wartest bitte hier auf mich. Oh, sorry Nora, ich wollte dich nicht umgaloppieren. Oh, sorry Nora, ich wollte dich nicht umgaloppieren. Oh, sorry Nora, ich wollte dich nicht umgaloppieren. Okay. Okay. Sehr schön, sehr schön. Oh, noch einen. Hier ist es. Hier ist es. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh ja Da lag ja dieses Mal mein Hauptaugenmerk drauf Mach ich später vielleicht noch ein Thumbnail aus dem Bild Das sieht nämlich echt cool aus Diese Pose Am besten mache ich das auch nochmal gleich im Frühling Das heißt, wir spielen auf jeden Fall bis zum 2. des ersten Monats Kann ich nämlich gucken, was für ein Thumbnail ich da mache Das ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil Viele Portianer Oh ja, ich bin jetzt auch ein Portianer Ich weiß ein Portianer Ähm 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 Wprogramm normales glas dann mache ich da noch mal ja 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 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 20% dann brauche ich noch 4 Stahlrahmen 3,3,4 3,3,4 3,4 3,4 3,4 4,4 4,4 4,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 6,4 5,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 7,4 7,4 7,4 8,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 So, dann läuft das da nämlich auch wieder. Ja, da müssen wir auf jeden fall ordentlich ankloppen. Wir können ja gerade mal unser Haus ein bisschen, wir können das ja auch nebenbei vorbereiten. Okay. 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 Danke. Okay. 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 haben wir aber brauche ich noch für den warte dann fehlt mir wird und ihr beide erstellt wieder Holzkohle jetzt aus ja ich kann ich kann ich 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 Es riecht zu gut, um zu essen. So, ich kann ja noch mal ein ... ... freischalten. So, und was war das jetzt mit ...